Hallo und willkommen bei der NetNight Train Company. Beim letzten Mal haben wir hier in der Nähe von Mühelfeld einen Bahnhof errichtet. Das ist hier Mühelfeld Nord. Der ist direkt angeschlossen an dieses Eisenerzbergwerk und hier an diesen Wald. Des Weiteren haben wir hier diesen Bahnhof nochmal etwas erweitert. Wir haben hier zwei Gleise, wo noch weiteres Material angeliefert wird. Und zwar einmal von Sonderfurt Waldrand wird Holz angeliefert und auch von Sonderfurt Süd kommt nochmal Holz aus dem Wald. Hier haben wir aktuell 0 Tonnen beim letzten Mal. Das schwankte so ein bisschen. Also wir waren mal bei 30 Tonnen, jetzt wären wir bei 0 Tonnen. So ein bisschen beobachten kann es sein, dass auch dieser Wald eventuell verschwindet, wenn wir nicht schnell genug hier Holz schlagen, damit wir dort auch die Produktion ankurbeln können. Ich denke mal, der wird auf jeden Fall weiterlaufen, aber auch mit 184 Tonnen, wenn wir nur einen davon haben, ist das auch nicht schlimm. Der hier hat nochmal 190 Tonnen, da kommt also einiges zusammen. Wenn wir uns hier nochmal die Karte anschauen, wir finden hier etwas nördlich von Mühelfeldmine 1, 2, 3 Eisenerzbergwerke und hier nochmal einen Wald. Da könnte man eventuell gucken, dass wir hier einen Bahnhof hinbauen und das nochmal anliefern lassen, dass wir das darüber laufen lassen. Das wäre eine Option, da könnte man hier hochbauen, irgendwie nochmal einen Half-Gin Smogl-Fight hinsetzen, der hier weiter nach Norden führt und einmal nach Osten rüber, um das anzuschließen. Und dann können wir mal schauen, wie wir da noch weitergehen wollen. Hier hinten haben wir noch ein bisschen was zum Anschließen. Wir könnten hier bei Nienbrück, wenn wir da einmal, na nicht weiter raus, sondern rein. Hier könnten wir nochmal anschließen, die könnte man eventuell mit einem Bus nochmal verbinden. Aber hier haben wir auf jeden Fall eine Bank, von daher bietet es sich vielleicht an, Nienbrück nochmal als Standort zu erschließen. Aber ich denke mal, wir fangen erstmal hier oben an, wir fangen hier an und bauen unseren Half-Gin Smogl-Fight, den wir hier drüben hinsetzen und dann schließen wir das hier drüben an und das hier. Okay, wir haben hier so ein bisschen das Sägewerk im Weg, da wollen wir so ein bisschen drumherum bauen. Ich gucke mal, vielleicht können wir die ein bisschen hier rüberziehen, dass wir da dran vorbeikommen. Darum gehen wir mal in den Landschaftsbau. Das machen wir folgendermaßen, wir setzen das hier an. Ach, ich kann, es ist schon flach und ich wollte ja auch hochbauen. So, darum die Fehlermeldung. Was wäre das hier? Und dann fangen wir mal an zu planen, wie wir das machen wollen. Wir müssen hier eh hoch, wir könnten also hier ein bisschen näher nach vorne. Kommen wir hier den einen runter? Ja, das würde gehen. Aber wir kommen da nicht weiter, weil wir das haben. Kriegen wir das denn auf eine Ebene, sonst müssten wir da ein Stückchen rübergehen. Ich glaube, wir machen das ein bisschen anders. Da müssen wir runter. Das nehmen wir nochmal so weg. Und wir ziehen das hier hin. Da baue ich nämlich einen Tunnel hin. Wir müssen da runter. Kommen wir denn da? Das würde funktionieren. Jetzt die Frage, kommen wir mit dem Gleis dorthin? Gestartet hatten wir noch gar nicht. Dann müssen wir mal die Züge rollen, dass auch noch mehr Geld reinkommt. Wir sind bei 950 Millionen, also wir haben jetzt bald die erste Milliarde hier erreicht. Da wollte ich hier, kommen wir denn da? Wir kämen bis dahin. Reicht das denn für die schnelle Brücke oder brauche ich mir da? Das reicht, okay. Und die kämen nachher eh hier rüber. Das würde also auch passen. Machen wir das doch so. Die Frage ist, passt das, wenn wir jetzt hier unten drunter durch wollen? Wir müssen da eh wieder hoch. Das wird jetzt interessant zu gucken. Aber ich glaube, nee, das funktioniert so nicht, wie ich mir das erhofft hatte. Und da haben wir eh auch falsch gebaut. Also es wird keinen Tunnel unterm Fluss geben. Müssen wir doch anders machen. Aber das so rüber ist auch nicht schlimm. Dann brauchen wir da schon mal den Tunnel. Den wir gleich eh brauchen. Gut, wir können natürlich jetzt ganz normal die Brücke so rüberziehen. Das war eh, um da rumzufahren. Aber wir wollten hier auch eventuell wieder rauskommen. So, einmal schauen, wie wir das... Können wir natürlich hier... Da hin. Na, ich weiß nicht so recht. Oh, dann kommen wir hier schlecht wieder raus. Würde das denn funktionieren an sich? Ja, wir kommen halt hier auch nicht rüber. Ja, vielleicht lassen wir den Bahnhof einfach so, dass wir dort nur reinrollen können. Dann ist das so. Dann können wir aber auch das optimieren. Dann ziehen, das zieht das so rüber. Okay, gut. Dann kommen wir da ran. Das passt soweit. Einmal hier Länge 4. Brauchen da noch einen rein. Das passt auch. Ich bin da doch so vertan. Ach, wir sind hier schon bei 5. Bis da kämen wir. Okay. Dann einfach was weg. Okay. Dann einfach was weg. Ich hab's heute aber auch mit dem Danebenklicken. So. Da geht's weiter nach Norden. Okay, das hätten wir soweit. Hier dürfen die Züge so reinfahren. Was ist das? Dann就是 die Züge so rein. Dann einfachrit aqui. Dann einfach was machen. Ja, so. Ich hab's ge один mal hier. Also beim Danebenklicken. Dann einfach mal hier rausfohram. Ich hab's mit meiner WDR hier WORK. Da haben wir leader. Wir waren sicher. Und dann auch etwas wegüşen und femme mis sail mit mir aus. Da kommt dafür auch von euch maghäin´s ein bisschen andersher. Ja, hier meintan suck disappoint. Da bin ich auch hier. Ich hab's office rausge constraints gerne. passt das auch okay hier haben wir das angeschlossen, dann können wir hier drüben gucken, wie wir das dann anbinden da können wir am besten das ein bisschen wegnehmen, dann können wir da geradeaus runter hier und dann hier 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 Gut, dann wird das angeschlossen soweit. Dann können wir hier hoch. Und ich habe mir hier überlegt, dass wir da einen Bahnhof setzen, den wir hier hinbauen. Und wir dann hier dieses. Das hat nämlich, glaube ich, ein bisschen weniger mit 30. Da haben wir 72. Und hier ist auch nochmal, glaube ich, mit 50 Tonnen nicht ganz so viel. Dann bietet sich das an, das so zu machen. Also ich will da folgendes bauen. Bahnsteiglänge, das passt. Wir haben zwei, also sollte man mindestens vier nehmen. Ich will hier vier haben. Das bauen wir so. Ich will da die Strecke dran vorbeiführen. Und die anderen bauen wir dann einmal hier hin und einmal dorthin. Da können die dann mit dazukommen. So, der würde weiter in die Richtung laufen. Der kommt dann da dran. Weil so weit brauchen wir gar nicht. Das reicht bis hier hin. Der muss gar nicht, ob die andere rüberkommen. Die sollen eh nur in eine Richtung fahren. Ach, da fehlt einer. Okay, darum. Jetzt sieht das so aus, wie ich es gern haben wollte. Dann brauchen wir noch ein paar Depots. Eins hier und eins dort. Dann wäre das errichtet. Die Frage, wollen wir in die Richtung nach oben hoch? Was bauen wir denn hier? Gut, wir könnten natürlich hier nach Norden hoch. Vielleicht bauen wir einfach noch mal ein Cloverleaf, denke ich. Das sollte hier passen. Reicht das oder sollten wir noch mal... Ah, vielleicht gehen wir einen rüber. Bin mir da nicht ganz sicher, ob das jetzt von der Breite passt dann auch. Da runter, dort. Okay, die gehen hier ein hoch und dann darüber jeweils. Das passiert hier auch. Geht dementsprechend in die andere Richtung. Okay, dann müssen wir hier raus. Immer in Zweierschritten. Gut, theoretisch könnte man das auch größer bauen, dass man das in... Ich weiß nicht, ob man es auch mal einen Dreier hinkriegt, aber dann müssen wir das wahrscheinlich weiter hinten ansetzen. Aber so funktioniert es eigentlich ganz gut. Und vor allen Dingen sieht es auch optisch ganz gut aus. Geht dementsprechend bei uns an. Wie kommt noch mehr in der肉he Scante? Also situieren Sie ein bisschen besser. Wie kommt schon zuwärtsregend? unooper... Wie kommt noch aber... Wollt? uche ich diese Grille. Kann私 nicht seinätteе. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt passt's Damit könnten's zumindest schon mal die Züge gleich fahren Das passt auch Okay Dann würde ich sagen, schließen wir jetzt mal das erste an Und zwar würde ich sagen, fangen wir an mit Was hat denn weniger? Ach, denn beide gleich viel, ist also egal Und vielleicht nehmen wir gleich direkt zwei fürs Eisen Dass wir den direkt mal kopieren gleich So, dann brauchen wir Eisenerzwaggons bis zur Länge 7 Das wäre das Und den kopiere ich direkt Den werde ich nämlich doppelt haben Und die fahren hier hin Und wir müssen hier runter Wo haben wir denn? Da Da ist unser Stahlwalzwerk Dort bringen wir dann das Eisenerz hin Und die lassen wir beide starten Wenn wir nichts falsch gemacht haben Dann sollten auch beide Züge gleich im Depot stehen Da kommt der zweite So sieht's aus Okay, neues Fahrzeug Wir brauchen noch Holz Ein Holzwaggon Länge 7 Auch der darf dort vollgeladen werden Und der fährt dann hier unten nach Amboff an den Waldrand Und wird dort entladen So, dann wollen wir jetzt nächstes mal gucken Dass wir hier auch die Magnetschwebebahn bauen Dafür bauen wir hier zwei Linien dazu Mal wieder auf die volle Länge bringen Also wir brauchen ein Gleis Ich glaube Länge 5 reicht da auch vollkommen aus Mal mit Steuerung Genau, wollen wir den da anschließen Und den setzen wir auf die andere Seite Dann können wir die auch wieder auf die Länge setzen Damit wir beim nächsten Mal nicht irgendwie was falsch bauen Soll schon mal passiert sein Halt, stopp Wir brauchen ja eh nochmal die Den setzen wir so Und wir brauchen einen hier unten Und setzen wir den hier Den setzen wir so Halt Dann haben wir das wieder Okay Na, wie können wir den denn am besten setzen Dass wir Komm hier an Kommen wir denn da rüber So passt das Okay Der läuft hier rüber Und den setzen wir dorthin Okay Damit haben wir die Soweit gebaut Und jetzt sollen die dann auch entsprechend Das Eisenerz rüber transportieren Also wir nehmen den ersten Und wir brauchen Eisenerzwaggons Und wir wollen auf die Länge 5 Einmal nach Nordstadtmine Und dann rüber nach Freiberg-Waldrand Zum Vollladen Und dort laden wir um Da rollt er Oder schwebt er besser gesagt Der erste Leviathan Und auch dort nochmal Auf Länge 5 Vollladen Und umladen So, habe ich das denn auch richtig gesetzt? Ich bin mir manchmal nicht sicher Ob ich es auch getan habe Es ist auf umladen Okay Gut Wäre das aufgebaut Schauen wir mal weiter Was wollen wir denn noch machen? Wollen wir hier schon mal direkt was anbinden? Oder wir könnten natürlich auch gucken Dass wir hatten ja hier überlegt Dass wir hier die Stadt anbinden Hm Wie könnte man die denn schick anbinden? Die Stadt Wir wollen ja da rüber Hm Gut Wir könnten natürlich hier langlegen Halt Wir sind noch auf dem Fall Wir brauchen die Strecke Wir könnten die So querlegen Das heißt Die fahren hier lang raus Dann müssten wir eventuell Hier nochmal so einen kleinen Haken Rüber machen Aber ich glaube das wäre gar nicht so schlimm Denn sonst Muss ich da so viel wegnehmen Und Man könnte gegebenenfalls nochmal hier Herzdorf selber Mit einem kleinen Bahnhof haben Aber ich würde eher hier Nienbrück Mit einem großen Bahnhof versehen Und das dann so erstmal bauen Weil wir haben ja hier auch Die Wertsachen Die wir hin transportieren können Und die wir dort auch abholen können Von daher ist die Stadt Auf jeden Fall Wichtiger So und heute Wollte ich das einmal Etwas anders konstruieren Ich wollte mal was Neues ausprobieren Und das passt hier auch eigentlich ganz gut Um das zu machen Die Frage ist Wie weit müssten wir denn darüber Um das so zu bauen Ich glaube die Länge auf jeden Fall Und dann will ich hier lang Rüber Die Idee ist nämlich Die gehen direkt da drauf Das wäre raus Und hier will ich rein Und ich werde das hier mit Einen Tunnel versehen Dass sie da drunter durchfahren Ach Wir müssen runter So Und so Den einzigen Nachteil Den wir so haben Ist dass wir hier nicht direkt hingehen können Und ein Depot errichten können Von daher werde ich beim reinfahren Hier vorher nochmal ein Depot errichten Können die denn so Ja so kämen sie Dann nur in den anderen rein Von daher wäre es sinnig Das dort hin zu bauen Kommt der denn Dort auch wieder raus Er fährt so Oh das wäre Ah ne das ist nicht schön Denn wenn ich das abreiße Dann sehen wir was das Problem ist Der müsste hier so eine Ganz ganz eigenartige Kurve fahren Was könnte man denn alternativ Kann man hier Aber da fährt er auch Na die fahren nicht schön rein Je nachdem wie man die dort setzt Das heißt vom Depot her Müsste ich mir was anderes überlegen Ist aber nicht weiter dramatisch Das kriegen wir schon hin Dass wir da was ordentliches setzen So das machen wir einmal so Der kommt hier hoch Und die kann man ein bisschen wegnehmen Also auf der gleichen Genau Den ziehen wir bis hier hin Und lassen ihn hier hochfahren Lassen wir den denn so weit Na vielleicht nicht ganz Und dann müssen wir mal gucken Dass wir da Dann rüber kommen Die Idee ist nämlich Dass die sich auch gleich wieder treffen Das heißt den ziehen wir bis dahin durch So sieht das doch gut aus Okay dann müssen wir da noch ein bisschen Vom Niveau hier arbeiten Damit das passt Damit wir auch da hinten Auf die Linie treffen Na eins fehlt noch Müssen wir da noch eins runternehmen So Passt das besser Okay wir könnten jetzt natürlich hier Das wäre jetzt eine Idee Das folgendermaßen machen Und das würde bis Ne nicht so weit Aber es würde so weit laufen Na nicht umwandeln Ich wollte da noch was wegnehmen Das Stückchen hier Das braucht man nämlich nicht Okay da wäre nämlich folgendes Die Züge würden nämlich Die fahren hier lang Und dann So, und hier schauen wir, dass wir die parallel dazu bauen. Okay, also die Züge rollen hier rein, würden im Prinzip entweder hier drüben reinfahren, sie kommen hier rein oder kommen dort rein, und wenn sie rausfahren, fahren sie hier rum raus und kreuzen hier nicht großartig. Das wäre mal so ein Versuch, das etwas anders aufzubauen, und ich denke, da könnten die Züge auch schneller fahren. Okay, wir haben jetzt hier ein Depot, was ich jetzt noch mache, ist, ich setze hier und dort ein Depot direkt dran. Das geht ja zumindest. Das heißt, bis auf das mittlere sind die soweit abgedeckt. Das heißt, hier in der Mitte, die haben keinen direkten Zugang zum Depot. Klar, man könnte natürlich, ich möchte es nicht vermischen, also man könnte sie natürlich hier lang verbinden. das mache ich jetzt aber nicht, denn ich möchte nicht, dass sie hier die Geschwindigkeit wieder rausnehmen, wenn die hier rein und raus fahren. Aber wir können jetzt auch schon mal direkt einen Zug dafür errichten. Wir brauchen Passagiere bis zur Länge 5, dann zwei Postwagons, dann sind wir bei Länge 6 und Sicherheitstransporter, dann sind wir bei der Länge 7. Und den lassen wir hier hinfahren. Da soll der das gegebenenfalls mitnehmen, was er kriegt. Und wo haben wir denn die nächste Stadt, die auch schon eine Bank hat? Dortmund und Chemnitz haben nichts. Gut, wir könnten natürlich hier Saarfurt an der Donau. Dürfte, glaube ich, eine Bank haben. Da ist eine Bank. Das ginge. Haben wir hier oben noch was? Hat Sonnenbrücken? Sonnenbrücken hat. Dann lasst uns doch hier rüberfahren. Die dürfen nach Sonnenbrücken reisen. Dann folgen wir dem Zug doch einfach mal. Ah, ich habe noch was übersehen. Hier fehlen noch die Signale. Ich glaube, die haben eine schöne Strecke vor sich. Genau, der fährt da einmal durch. Das klappt doch soweit ganz gut. Und es gibt ein neues Flugzeug. Dann kommen wir einmal hier an Dortmund vorbei. Dann sehen wir, ob das alles ordentlich rollt. Das klappt auch. Da kommt auch ein Zug zurück. Der holt wahrscheinlich das Holz ab. Das sieht nach Eisenerz aus. Auch die scheinen gut zu fahren. Aber im nächsten Mal sollten wir uns auf jeden Fall noch mal die Zeit nehmen. Denn die Folge ist jetzt schon fast rum. Und wir sollten schauen, dass wir gucken, wo es Sinn ist, noch mal auf der Strecke Depots zu setzen. Das ist im Prinzip auf diesen langen Strecken wie diese jetzt hier. Die ist ja schon für den Zug ziemlich lang. Das dort auch haben wir. Hier haben wir schon alles. Da können wir was mitnehmen. Dass auch auf der Strecke halt die Möglichkeit besteht, dass die ins Depot fahren können. Abseits des Zielortes. Das heißt, es kann sein, dass er jetzt gleich noch mal ins Depot fährt. Na, macht er nicht. Er fährt direkt zurück. Aber wenn er jetzt auf der Strecke im Prinzip noch mal ins Depot müsste, könnte er nicht. Weil es auf der Strecke nichts gibt. Jetzt schauen wir uns noch einmal den Rückweg an. Dann sehen wir, wie viel wir damit auch verdienen. Ja. Genau, der nimmt die innere Strecke. Denn die führt dran vorbei. Die äußere Strecke würde nach Dortmund reinführen. Aber wir könnten ja vielleicht noch eine direkte Verbindung nach Dortmund schaffen. Dass also wir hier die Stadt, die wir gerade eben erschlossen haben, mir fällt nämlich der Name gerade nicht ein, dass wir dort noch mal eine Zielverbindung bauen, die dann halt einfach nur Passagiere und Post zwischen den beiden austauschen. So, er fährt hier ins Depot. Ne, er fährt dran vorbei. Okay, dann schauen wir noch mal. Nienbrück heißt die Stadt. Okay, dann verbinden wir gleich noch mal eben schnell Nienbrück mit Dortmund. Und wir nehmen ein... 144, fast 145.000 Euro. Das ist doch ganz gut. Was, wenn wir den von da oben starten? Ja, können wir machen. Also, wir brauchen noch mal den Zug. Wir nehmen 5,5. Ne, wir nehmen 6 und zweimal Post. Das muss reichen. Also, zwischen Nienbrück und Dortmund wird dieser Zug pendeln. Okay, dann würde ich sagen, damit verabschieden wir uns für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank.